Ja, eben, das ist ein Kurzbericht, weil eigentlich es gibt viel in diesem Modul. Biosphäre Equilibrium ist ein internationales Forschungsprojekt und man will einfach in diesem beweglichen Modul die Energieeffizienz und das Wohlbefinden des Menschen testen. Die Zukunft von Minergie hat sich sehr viel mit dem Wohlbefinden des Menschen im Gebäude zu tun und entsprechend inspiriert Biosphäre an, was einen Gesundheitsaspekt angeht. Mich persönlich inspiriert vor allem, was sie mit dem Licht machen, also so das Tageslichtthema. Oder dann die intelligente Steuerung von dieser Lüftung, sodass man immer eine perfekte Raumluftqualität hat im Gebäude. Das sind die zwei Sachen, die, denke ich, werden uns inspirieren. Wo ich wohne über den Atlantikruller ist auch noch schwierig. Und für uns ist irgendwie klar gewesen, wenn wir das Boot haben, dann kaufen uns die Leute das vielleicht auch ab. Parallel würde ich dort sehen, die Art und Weise, wie das Ganze aufgezogen worden ist. Und zwar haben wir im Vorfeld nicht genau gewusst, auf was wir uns einlernen. Wir haben nicht gewusst, ob es gut rauskommt oder nicht. Wir hatten auch eine Vision gehabt und den Raum und haben den auch verfolgt. Und Gott sei Dank, dass es nachher gut rauskommt. Ich glaube, das ist bei diesem Forschungsprojekt auch ähnlich. Man weiss nicht immer, ob es gut rauskommt oder nicht. Man muss sich halt zwischendurch einfach darauf einlassen und einfach machen und es probieren. Und vielleicht ist es auch ein Stück weit ein Abenteuer, wenn man so einen Forschungskubus baut. Biophilien ist eine Forschung, die wir hier im Gebäude von Italien haben. Da geht es darum, dass man die Wahrnehmung, die man hat, im Wald in einem Raum nachbilden kann und das auch physikalisch testen kann. Das ist nicht schrecklich.